ARD Text im Auftrag von Funk Wir wollen einfach Minecraft mal richtig geil zusammenspielen und ein Let's Plan und einfach das Bessere machen Ich glaube wir wollen Spaß haben Yes Spaß Spaß Komm lass uns mal eine Fläche tiefer gehen Mach ich aber auch Ja okay Was ist denn hier los? Warum ist hier auf einmal so... Hä? Warum ist hier Sandstein? Ach so Ich hab keinen Plan warum es hier Sandstein ist aber... Passt schon Ja Ja wir haben die Welt ein bisschen zusammen geschmiedt, sag ich jetzt mal zusammen gebastelt hier Ja So teilweise weil die sah ein bisschen... Naja Die sah schon einigermaßen gut aus Aber wollte noch ein bisschen das Feintuning machen Aha Ja Aber sonst ist sie natürlich gewesen Ja sonst Haben wir nix dran gemacht Dann können wir hier später noch ein geiles Lager ausmachen Ja das meinte ich ja ne Aber du wir haben da oben jetzt mal ein paar Kippsen und das reicht auch Ja klar Yeah ich bin bei Nieder ein Lager abgekommen Lups Jetzt schon mal fett aus Kann ich schon mal gleich Treppen machen ey Das ist schon mal ein Luxus hier Ja Luxus pur Aber wir müssen auch uns mal irgendwie demnächst so irgendwann mal im Laufe der Zeit Mal ne Miene suchen Abfüll Ich hab Abfülls Ja das machen wir doch alles Ja Ups Was ist Aus den Steinen weg geworfen Hast du den Steinen weg geworfen Ja das ist der Name Ja das ist Nahrung Ja das ist Nahrung Nahrung ist immer gut Ähh Ich bin der Samenkiller Kiss Kiss So, ich habe das 13 Samen für Brot. Gut. Wir können natürlich auch nochmal später ins Meer rumfahren und so. Also wir haben eigentlich voll viele Möglichkeiten. Aber jetzt erstmal bleiben wir auf der Insel für ein paar Folgen. Dann werden wir dann rüber schiffen und dann ins neue Abenteuer gehen. Sicher, erstmal hier so alles schön erforschen. Mal gucken, was wir so hier alles schönes erleben. Hallo. Hi. Warte mal. Ich bin zu einem Brecher. Wie, wo, was? Wo ist ein ein Brecher? Nicht so. Dann baste ich jetzt mal kurz eine Steinhacke. Dann geh schon mal ein bisschen garten, ne? Ja, wir brauchen, ach ja, wir brauchen auch noch Tiere. Dann mach ich mal ein bisschen Gärtner hier. So. Geh schuff, Sohnemann. Ich kriege Pizza halt. Ja, geh du mal. Boah, das Brot. Brot haben wir dann genug. Ja, erstmal. Man braucht da nicht alle zwei Minuten, so gesagt, was zum Essen. Ja, wir brauchen schon was zu futtern, ne? Ne? Wir brauchen schon was zu futtern. Ja, man braucht... Gut überleben. Man braucht was zum futtern, ja. Aber nicht, dass man jetzt so sagt, oh, ich muss hier etwas essen, na? Lecker Brot. Haha. Ich muss mich leider für meine kleinen Aussetzer entschuldigen. Ich bin du. Und ich bin es. Wir haben sie. Hallo. Wir haben auch alle unsere kleinen Macken. Ja. Und ich liebe meine Macken. So wie die sind. Lieber lustige Macken, als den hat der Macken. Komm mal kurz an die Tür. Nein, bleib mal kurz da. Okay. Wieso habe ich eigentlich wollen? Weil du noch kein Bett hast. Oh, die macht dann noch. Wirst du Ruse kaufen? Gänzt du den, Ruseverkäufer? Ne. Ich war ja heute in Hamburg, ne? Da war so einer. Okay. Irgendwie macht man eigentlich ein Bett. Du machst drei unten Holz und drei Wolle. Darüber. Okay. Soll ich deins machen, bitte. Ja. Das ist kein Problem, dass ich es nicht so weiß. Passt schon. Ja. Ich habe schon ein Bett. Achso, hast du schon. Ah, nicht daneben. Mach ja da. Ich wollte gerade sagen. Ich bin... Ich bin... Poto, gleich so. Komm, lass mich so. Oh. Ne, das ist zu eng, ey. Ja. Komm, parkieren. Ja, da. Achso. So, ne, Mann. Ich will aber heute noch keinem Geschlechtsverkehr mit dir haben. Oh, sieht das schön aus. Komm, wir gehen mal ein bisschen forschen wieder. Wollte ich gerade sagen, lass uns mal etwas forschen. Warte, ich nehme noch eine Steinsputzsacke mit dem Facken. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Ah, die haben schon Gas fertig. Ich nehme das mal raus. Mhm. Wir müssen ja unseren Fenster hier noch etwas verdichten. Nein. Was ist? Ich habe das Holz verballert. Ein Stück. Oh, warum will ich im Ofen? Ich möchte doch Sticks machen. Ähm. Nein. Ich muss ja, ich brauche Stickies. Ich mache ja gerade Fläche. Ja. Stickies. Ja. Zwei Stück. Geht's gut. Ich habe keinen Stein mehr. Ich habe Pflasterstein. Geh mal bitte. Ah, ich habe auch Stein. Hier. Ich habe schon. Ich habe selber noch Steinen. Genug. Ähm. Gibt's. Ah. Moment. Ich gebe die gleich. Hast du schon? Äh, ich habe ja. Ich habe ja, ich habe ja über die Decke noch gehabt an Pflastersteine. So. Kies habe ich auch noch. Ich packe ihn mal mit rein. Ich nehme Erde mit. Steinbräu. ein paar Äpfel brauche ich auch nicht, ich brauche nicht so viele Äpfel so hast du was, ich gebe dir mal ne Schippe, das ne Schippe habe ich noch, ich hab ne Schippe ja nimm die mal mit, man weiß nie ok ich mach noch ne Axt ja ich hab schon alles gemacht so hab ich grad gesehen so ich hab jetzt 1, 2, ne Schippe, ne Axt du kriegst noch eine na jo Äpfel nehm ich mit Sandstein brauchen wir nicht, da tu ich auch mit rein Blumen tu ich auch mal mit rein, ich hab noch Reifen oh Mist, das hab ich voll geplört ey ich wollte was trinken, voll auf mein T-Shirt du Sau so mach Tür zu warte mal du siehst so geil aus Hext auch für dich auf gehts wo wollen wir lang, wollen wir da lang hier ja deine Kuh lass mal boh, wir brauchen nix dahinten ist alles geleit, alles geleit ich ohne Mann, bleib mal, warte mal auf mich ja Papa oh, wie süß hier oh boah boah, das hier ist fit yo guck mal da gotte Ente, hier deine Ente ein Schwein hoch schlacht ein Skelett ich verrasch dich jetzt von hinten pass auf na Skeletti, was geht alter Schwede hä, wo ist der da ha 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 ich verprenn du ich renn komm, nimm noch zu essen mit ah, essen können wir immer brauchen komm lass mal ey 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 du darfst meine Kuh uuuuuh du bist gleich schon beraten ey du mit der Achse warte mal, warte mal warte mal warte mal hier ist hier irgendwie ne Kundschaft oder hier ist so einer der mich grad anschreibt lass ja ey du vielleicht schreib ruhig, ich mach weiter ja mach ruhig weiter, ich folg dir gleich verd Bug kundschaft Francis was von schafft Ich mach mal meinen Status, Herr, anders. Oh, ich bin schon mal hier. So, das war der gute Serverleiter, der Marco, der hatte geschrieben, ja, er hatte geschrieben Sorry und da hatte ich ihn, Marco, wenn du grad zuguckst, kein Problem, der guckt mir schon zu. Aber der hört uns doch nicht. Ja, der ist klar, der hat mich hier als Adam durchgeboxt, ey, Edmund. Ja, aber, ach, komm doch, ich habe. Ja, wenn du dann Hilfe brauchst, ne, bei Appen, ne, ich bin da, also, mach wohl, sag wohl, ja. Ey, hier, hier, guck mal. Habe ich gemacht. Ach so. Ich habe dich schon gewohnt. Hör, jetzt bist du komplett duster. Hallo. Hallo. Ich habe dich auch zugewohnt. Sag, sag auch gleich, dass du dich nicht haben willst. Komm, wir gehen jetzt mal hier vorne hin, wieder beim Anfang. Ich komme, ich komme. So, ich bin da. Boah, hier, da. Da ist unser. Wo ist ein Pickel? Hä? Da ist ein Pickel. Ich kann da ranzoomen, ne? Wie so ein Fernglas. Uuuh. Uuuh. Haben wir Zuckerrohr? Ja, gut. Dann können wir später für Bücher gebrauchen, wenn wir einen Zaubertisch machen. So. Ich habe ja schon etwas an Zuckerrohr gesammelt. Komm. Ah, ja, ich komme. Ich bin hinter dir. Aber hier links, der Rangmoderator, der geht eigentlich auch schon klar hier auf dem Server. Soweit. Hast du gegen die M1 Rechte, hast du freie Rechte. Komm mal mit, hier. Nee. Ja. Komm mal mit. Boah, der Mond. Hast du eigentlich auch einen Text-Two-Pack drin? Nee, ich habe das ja noch nicht drin. Ich habe noch gar nichts drin. War schon. Boah, ich bin ein Ei. Ich bin ein Huhn. Wir müssen auch später noch Tiere anpflanzen und so. Komm, wir gehen mal auf die andere Seite. Da war auch was. Da war doch diese Bucht, ne? Ja, kann sein. Ich komme. Er erscheint schöner. Ja. Holz muss man auch noch haben. Können wir gleich sammeln, wenn wir wieder... Komm, da machen wir jetzt eine Mine. Da hinten. Ja, wir müssen jetzt mal hier alles durchforschen. Warte, habe ich Holz dabei? Ach nee, schade. Sonst hätten wir hier so eine schöne... Der Fluss. Guck mal, der Fluss da oben. Alter, wie geil, ey. Boah, hier ist Wüste. Ah, hier ist wieder Stein. Machen wir jetzt hier. Ja, da können wir uns erst mal durchfragen. Ich gehe runter. Ach, hier ist diese... Ah, hier ist diese Dings. Loll. Alter. Wie geil. Komm, das... Boah. Ich toche hier von der Halb ab. Boah. Ich buddel jetzt so ein bisschen und du kannst dann so... Erde hinmachen. Dass wir da so einen geilen Weg machen. Dass wir etwa wie je so spielen können. Warte, ich mach schon. Ich habe also auch Helligkeit hoch gemacht. Dass wir... Muss sehen. Warte mal, ey. Ich muss bei mir auch noch etwas kurz enden. Ah, das passt hier. Das ist richtig geil hier, ey. Boah, hier können wir richtig...